Applaus Es geht um einen sizilianischen Glockenläuter, der nicht mehr auf seinen Turm geht, weil er Höhenangst hat. Und irgendwie kriegt ihn eine ebenfalls höhenängstliche Taube da hoch und plötzlich kommt eine Wolke aus Arabien herangeflogen und die gießt über beide eine merkwürdige Flüssigkeit aus, sodass er sehr klug und sprachenbegabt wird und außerdem keine Höhenangst mehr hat und aus der alten Taube wird eine Ruhkirche, was den Rest der Wolke abgekriegt hat, nämlich Schnaps. Und dann kommen sie auf sehr mysteriöse Weise nach Berlin und erleben so die merkwürdigsten Dinge. Es war der 31. Oktober, als Gianluca früh um vier auf einer Bank in der Nähe des Berliner Fernsehturms aufwachte. Er sah unglaublich an sich hinunter, denn statt seines alten, verschlissenen Leinenanzugs trug er jetzt einen silbergrauen Seidenanzug, eine mit Pailletten besetzte Fliege und handgefertigte Lederschuhe. Alles Sachen, wie er sie nur bei höher gestellten Leuten gesehen hatte. Er griff sich an den Kopf, als könne er daraus irgendeine Art von Erinnerung holen, fand aber statt der Erinnerung nur einen fremden Hut. Er nahm ihn ab, als könne er so Luft in seinen Kopf bekommen, aber es flog nur kalter Wind um ihn herum. Hier bin ich, piepste seine Stimme von einem Baum neben der Bank. Er entdeckte Georgina, die mit glasigen Augen auf einem Ast schaukelte und genauso irritiert aussah wie er. Wie sind wir hierher gekommen, Georgina? fragte Gianluca. Mit dem Zug, mit dem Bus, mit dem Taxi geflogen bin ich und gelaufen bist du. Und wenn ich besoffen war, habe ich in deine Tasche geschlafen und wenn ich nicht besoffen war, habe ich dich in den Schlaf gesungen. Was willst du noch wissen? Wann du besoffen warst, will ich nicht wissen. Ich will wissen, wie es uns auf diesen kalten, zugigen Platz verschlagen hat. Georgina flog auf den Kopf eines steinernen Denkmals, das zwei starre Herren in altmodischen Anzügen darstellte. Sie sahen in Richtung Osten, als warteten sie ungeduldig auf den Sonnenaufgang. Dann fing sie an zu zwitschern. Wacht auf, verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Dursten zwingt. Zum Hungern muss es heißen, Georgina, zum Hungern. Ich habe Durst, Gianluca, schrie Georgina. Ich will wissen, wie wir hierher gekommen sind und warum. Wir könnten jetzt friedlich in Checosabello dem Gottesdienst entgegenschlummern, sagte Giorgino. Padre Padrone mit einem freundlichen Milchkaffee wecken, dann den Sonntag einläuten, statt uns hier auf diesem zugigen Platz die Beine in den kalten Bauch zu stehen und auf Dinge zu warten, die sowieso nicht passieren. Gianluca, ich will wieder zurück in die sizilianische Sonne. Ich will wieder nach Hause. Zu Hause? Wann war das? Gianluca drehte sich auf der Mitte des Platzes einmal im Kreis. Eine Schneeflocke flog auf seinen Hut und schmolzte. Hör auf zu heulen, mein Vögelchen. Mir schwant, wir erleben heute noch etwas Ungewöhnliches, auch wenn es bis jetzt nicht so aussieht. Dann kauf mir wenigstens was zu trinken, Totengräber. Ich habe seit Nürnberg nicht einen Tropfen mehr gehabt. Was ist Nürnberg? Wollte Gianluca wissen. Na, Nürnberg ist die Stadt, wo die Lebkuchenautomaten standen, die auch Chinesisch sprechen konnten, sagte Gianluca. Ja, das habe ich schon vergessen. Und ich glaube auch nicht, solchen Automaten jemals begegnet zu sein. Dann hast du wohl auch vergessen, dass wir heute Nacht in diesem großen Haus fast deine sämtlichen Ersparnisse beim Blackjack und beim Roulette verspielt haben. Georgina wies mit der Kralle auf das Hotelgebäude mit den leuchtenden Buchstaben Casino. Ich weiß nichts mehr, Georgina. Mir ist, als hätte ich seit unserem Aufstieg auf den Turm tief geschlafen. Als könnte ich dort hinten um die Ecke gehen und wäre zu Hause. Unser Zuhause scheint jetzt hier zu sein. Es ist November, es ist kalt und neblig und ich habe einen mörderischen Schwelbrand in meiner Kehle glühen. Der muss gelöscht werden. Georgina flog auf Gianlucas Schulter und schmiegte sich an sein Ohr. Willst du, dass dein Vögelchen im tiefsten Herbst fernab der mediterranen Sonne jämmerlich verdurstet? Mir scheint, diese merkwürdige Wolke aus dem Süden hat mir nicht ein niedliches Rotkehlchen an die Seite gestellt, sondern eine Saufdrossel. Aber ich werde heute mal Gnade vor Recht ergehen lassen und dir den Kampf gegen das Zittern ersparen. Dort hinten sehe ich einen Imbissstand, seine Planen zurückschlagen. Gehen wir frühstücken. Die Uhr vom Roten Rathaus schlug sechsmal. Ausnahmsweise mal kein Penner, sagte die Verkäuferin hinter dem Tresen, als sie Gianlucas Seidenanzug sah. Wohl übrig geblieben vom letzten Spiel ein Satz im 39. Stock, was? So ungefähr, sagte Gianluca. Zwei Grock, bitte. Und zwei heiße Hunde. Was ist das denn? Fragte die Frau. Hot Dogs steht doch an ihrer Tafel. Hot Dogs. Heiße Hunde heißt das doch auf Deutsch. Kann sein, antwortete die Frau. Schmecken tun sie eher wie tote Hunde. Aber nichts für ungut, man gönnt sich ja sonst nichts. Man gönnt sich ja sonst nichts, säufte auch Georgina und nippte an ihrem Heißgetränk. Mit großen Augen verfolgte die Verkäuferin diesen Vorgang. Ich kenne biertrinkende Hunde und weintrinkende Katzen, aber schnappstrinkende Vögel habe ich noch nie gesehen, sagte die Verkäuferin. Wohl aus dem Zoo ausgebrochen, was? So ähnlich, sagte Gianluca. Aber von hier sind sie nicht mehr von woanders? Fragte die Verkäuferin. Mehr von woanders. Aus Italien, aus Sizilien. Ist das nicht da, wo die Mafia? Genau da. Ihre toten Hunde schmecken aber gar nicht so schlecht, junge Frau. Danke für das Kompliment, junger Mann, sagte die Verkäuferin, die mit immer größer werdenden Augen zusah, wie Gianluca bereits den siebten heißen Hund aß. Georgina schlief auf seiner Schulter den verdienten Schlaf des ruhig gestellten Grockvogels. Sehr gesprächig sind sie aber nicht, junger Mann. Wenn sie von so weit herkommen, müssen sie doch was zu erzählen haben. Vielleicht bin ich gerade von weit her gekommen, um nichts mehr zu erzählen zu haben, sagte Gianluca und zeigte auf den nächsten Hotdog. Wenn sie so weitermachen, habe ich bald mein Tageshall erfüllt, stellte die Verkäuferin fest. Dann kann ich mir einen netten Sonntag machen. Gianluca nickte. Und geben sie mir noch einen Grock, sagte Georgina. Auf diesem zugegen Platz friert man sich ja glatt die schönen Federn ab. Ich will ihnen ja nicht zu nahe treten, junger Mann, sagte die Verkäuferin. Aber der Vogel auf ihrer Schulter ist weder ein Papagei noch ein Wellensittich noch ein Kanarienvogel, aber kann trotzdem sprechen. Also so ist es, sagte Gianluca. Aber was ist es denn dann? Es ist kompliziert, liebe Frau. Also früher war sie mal eine Taube, sehr krank und mit einem gefühlten Alter von 170 Jahren. Und plötzlich, da gab es so innerhalb von Sekunden eine Verwandlung infolge eines sehr rätselhaften Wetterumschwungs, den ich mir bis heute nicht erklären kann. Und ja, so ist sie das geworden, was sie heute ist, ein junges Rotkädchen. Und das gerne Grock trinkt und sehr schnell vorlaut wird. Ja, Wunder gibt es ja immer wieder. Man muss nur dran glauben, Geduld haben und drauf warten können, sagte die Verkäuferin. Sie lächelte geheimnisvoll in sich hinein und legte ein weiteres Würstchen in ein Brötchen. Nummer zwölf. Haben Sie heute noch was vor, junger Mann? Eigentlich nicht. Na gut, dann schließe ich den Laden für heute wirklich und lade Sie und Ihr merkwürdiges Wundervögelchen zu mir nach Hause ein. Etwas in den blauen Augen der alten Frau zog Gianluca magisch an. Etwas, das nicht auf diesen tristen grauen Platz passte. Schicke Danz las Gianluca an der Eingangstür der Wohnungstür, die sie betraten. Das Balkonzimmer, in das Frau Schicke Danz sie führte, glich einem kleinen Museum. Die Wände waren mit Regalen und Glasvitrinen vollgestellt. Überall standen und hingen Souvenirs aus aller Welt. Elfenbeinkamele aus Afrika, bunt angemalte Holzvögel aus Südamerika, asiatische Glücksgötter, Hirtenkäppis aus der Mongolei und Miniaturen von Musikinstrumenten, die Gianluca völlig unbekannt waren. Und über der Tür hing ein sehr alter, tartarischer Krummsäbel. Sie sind in Ihrem Leben schon weit herumgekommen, sagte er. Margarete Schicke Danz war in einem großen Ohrensessel versunken und wirkte jetzt sehr klein und bedrückt. Nein, das bin ich nicht. Das war mein verstorbener Mann. Der war Vorsitzender des Afroasiatischen Solidaritätskomitees und ist so durch die halbe Welt gekommen. Georgina flog zur Nachbildung eines Kondors und knabberte an seinem Schnabel. Und was hatte es mit diesem Komitee auf sich? Hat es den durstenden Vögeln in der Wüste geholfen? Fragte sie. So ungefähr, sagte Frau Schicke Danz. Dieses Komitee war für die Länder gedacht, die ihre Unabhängigkeit von den Kolonialstaaten erkämpft hatten und Hilfe brauchten. Ach, mir kommt es so vor, als wäre das schon 100 Jahre her. Da ist mein verstorbener Mann zu den Freiheitsfeiern in die ganze Welt geflogen und kam glücklich mit all diesen Andenken wieder, als hätte er Geburtstag. Und dann sagte er, das muss sein. Wir müssen überall in der Welt präsent sein, damit die Welt anerkennt, dass wir ein eigenes Land sind, dass wir uns unterscheiden von dem anderen Land und dass wir ganz anders sind als die anderen. Hm, dass es zwei Deutschland gab, hat sich auch bis in unser Dorf herumgesprochen, warf Gianluca ein. Die einen haben bei uns Urlaub gemacht und uns rumkommandiert und die anderen, die haben wir nur im Fernsehen gesehen, wenn sie die vielen Medaillen bei der Olympiade gewonnen haben. Und einmal haben wir sogar ein Unentschieden gegen euch im Fußball erreicht, sagte Margarete Schicke Danz. Unentschieden, gegen Italien ist das wie ein Sieg, hat mein Mann gesagt. Ja, und ihr Torschütze hieß Jürgen Nöldner, sagte Gianluca. Margarete Schicke Danz sah Gianluca an, als käme er von einem anderen Stern. Wie können Sie das noch wissen, Herr Gianluca? Dieselbe Frage stellte sich Gianluca jetzt auch. Und außerdem, woher kannte die Verkäuferin Margarete Schicke Danz plötzlich seinen Vornamen? Und woher wusste er, dass sie Margarete hieß? Sie sahen sich schweigend in die Augen und beschlossen, nicht weiterzufragen. Für eine Weile zog Schweigen in das Balkonzimmer ein. Gedanken verloren betrachteten beide, wie Georgina zwischen den Souvenirs hin- und herflog, neugierig jedes Stück begutachtete und mit den Schwanzfedern von einzelnen Staubpartikeln befreite. Das Blinken des Fernsehturms mischte sich mit dem Licht des heller werdenden Himmels und Frau Schicke Danz begann, leise vor sich hin zu weinen. Es ist gut, dass mein Mann das alles nicht mehr erlebt hat. Er hätte all seine Reisen als vergeblich empfunden. Und diese Revolutionswende oder diese Wenderevolution oder was man auch immer das war, das hätte er nie verstanden. Ach, machen wir uns den Kopf nicht so schwer, sagte Margarete. Essen wir lieber noch die Würstchen, bevor sie Runzeln kriegen. Und dann entfernte, was? Und dann entferne ich ihnen die vielen Fettflecke, die sie auf ihrer schönen Jacke gemacht hat. Das würde mich mal interessieren, wie sie Fettflecke von einem Seidenjackett runterkriegt. Während Frau Schicke Danz langsam im Flur verschwand, sah Gianluca an sich herunter und versuchte immer noch herauszufinden, wie er hierher gekommen war und woher die Sachen stammten, die er trug. In seinen Taschen fand er die Überreste von Fahrkarten, aber Abfahrts- und Zielorte waren nicht mehr zu erkennen. Außerdem stieß er auf die hohe Rechnung eines Wiener Konfektionsladens, die ihm genauso fremd war wie das unbekannte Wissen, das sich in seinem Hirn breit gemacht hatte. Erinnerungen ist was, das man hat, sagte er sich, und nicht unbedingt etwas, dem man nachspüren sollte. Georgina schien sich um all das keine großen Gedanken zu machen. Sie spielte weiter mit den unbekannten Gegenständen auf den Regalen und hatte es bereits geschafft, mit dem Schnabel die Glastüren der Vitrine zu öffnen und alles dahinter neugierig zu untersuchen. Frau Schicke Danz kam mit den aufgewärmten Würstchen und hatte ihr Lächeln zurückgewonnen. Sie sah, dass Gianluca noch immer irritiert war. Kommen Sie mal richtig zu sich, junger Mann, Sie können mit Ihrem lustigen Vogel erst einmal hierbleiben, wenn Sie wollen. Gianluca sah tief in Margaretes Augen, als könne er darin eine Antwort auf seine Fragen finden. Manchmal schien es ihm, als kenne er diese Frau schon sehr lange, aber einen Moment später war sie ihm wieder so fremd wie alles andere um ihn herum. Er sackte in seinen Sessel und schloss die Augen. Haben Sie schon immer hier gewohnt, Frau Schicke Danz? Ja, aber als ich geboren wurde, war der Platz noch nicht so groß wie heute. Es fuhr eine Straßenbahn rüber und dieses Haus gab es noch nicht. Aber es gab keinen Fernsehturm und auch das große Hotel, in dem Sie heute Nacht wahrscheinlich Ihr ganzes Geld verspielt haben, stand noch nicht auf diesem Platz. Es gab auch noch keine Uhr, an der man erkennen konnte, wie spät es zum Beispiel in Sizilien oder Amerika oder Afrika ist. Ich will überhaupt nicht mehr wissen, wie spät es ist, sagte Gianluca. Manchmal geht es mir genauso, aber die Stunden schlagen nun mal und ich kann nicht so tun, als würde ich es nicht hören. Wem sagt sie das, fragte sich Gianluca und erinnerte sich zum ersten Mal auf dieser Reise daran, dass das Glockenschlagen und Stundenläuten einmal sein Beruf war. Auf diesem Platz haben schon viele Stunden geschlagen, sagte Frau Schicke Danz. Die Stunde der Säufer, die Stunde der Gammler, die Stunde der Nutten, die Stunde der Polizisten, die Stunde der Blauhemden und der fröhlichen Jugend, die Stunde der Komedianten und heute die Stunde der Würstchenverkäufer und Hütchenspieler. Ich verstehe kein Wort. Was war die Stunde der Gammler? Na, Gammler hießen die Jungs mit den langen Haaren. Die trafen sich hier im Oktober 1969, als das Land seinen 20. Geburtstag feierte. Die berühmte Gruppe Rolling Stones sollte auf dem Springerhoch rausspielen und natürlich kamen viele junge Leute aus dem ganzen Land, um dieses Konzert zu sehen. Aber wer nicht kam, waren die Rolling Stones. Denn das Ganze war eine riesige Ente des Klassenfeindes aus dem Westen. Stattdessen gab es eine Schlägerei zwischen den Langhaaren und der Polizei und zum allen Unglück waren damals gerade die Autotunnel unter dem Platz fertig gebaut worden und einige der Jungs fielen über das Geländer. Eine riesige Ente, die mit Steinen auf langhaarige Polizisten schmeißt und dabei im amerikanischen Sektor ein Konzert geben kann, die möchte ich mal kennenlernen, piepste Georgina. Also entweder du hörst richtig zu oder du hältst den Schnabel. Georgina zog beleidigt die Vitrinscheibe zwischen sich und das Zimmer. Zwei Jahre später gab es ein Abkommen. Alle regierlichen Europas hatten sich geeinigt, dass Ruhe und Frieden und Entspannung besser für alle wären. Und überall entspannen sich neue Kontakte zwischen den Leuten, vor allem an diesem hässlichen Brunnen da drüben, auch Nuttenbrosche genannt. Ja, und danach wurde es richtig lebhaft auf dem Platz. Vor dem Fernsehturm drängen sich die Touristen, denn damals war das der zweithöchste der Welt. Im Hotel wohnten Handelsreisende und drinnen gab es einen großen Laden, da konnte man für anderes Geld Zigaretten, Schokolade, Strumpfhosen und auch Rolling Stones-Platten kaufen. Und so kam es vor, dass ein Haufen junger Damen draußen vor dem Brunnen auf die Herren warteten und für dieses Zeug käuflich waren, um es mal vorsichtig auszutunnen. Auch für italienische Lire, fragte Gianluca. Ich konnte mir denken, dass Sie das fragen, sagte Frau Schickedanz. Ja, für alles Geld der Welt, wenn es nur komfortabel war. Selbst für indische Rupien. Aber es kam selten mal ein Inder vorbei. Und ab und zu kam mal die Polizei und ließ sich die Ausweise zeigen, damit alles unter Kontrolle blieb. Zwei Jahre später fand hier ein großes Festival für die Jugend der ganzen Welt statt. Ein lauter, fröhlicher Frieden. Überall wurde getanzt, gesungen, geknutscht und gesoffen. Und für 14 Tage war dieser Platz der Mittelpunkt der Welt. Nur an einem Tag regnete es. Da starb der Vorsitzende des Staatsrates, Walter Ulbricht. Wie zum Hohn starb er mitten in diesem fröhlichen Trubel und für einen Tag war Staatstrauer angesagt. Nur einen Tag Regen, so als würde der liebe Gott, wenn es ihn geben sollte, sagen, ihr sollt euch immer an diesen Tag erinnern. Und wenn die Sonne auf die Kuppel des Fernsehturms scheint, spiegelt sich ein Kreuz darin. Und die Leute sagen, das ist das Kreuz des heiligen Walter. Frau Schickedanz holte Luft und sah Gianluca an, als käme sie aus einem Traum. Entschuldigen Sie, ich rede hier und Sie wollen das vielleicht überhaupt nicht wissen. Es klingt wie ein Märchen, sagte Gianluca. Der Platz vor der Kirche in unserem Dorf sieht seit Jahrhunderten gleich aus und das Kreuz auf dem Dach muss ich mir nicht einbilden. Es ist keine optische Täuschung, sondern wurde von einem Padren in Auftrag gegeben, an dessen Namen sich niemand mehr erinnern kann. Wenn ich auf diesem Platz sehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass darauf jemals ein großes Fest stattgefunden hat. Über 20 Jahre her, sagte Frau Schickedanz. Ich stand mit meinem Mann auf dem Balkon. Wir sahen uns das große Abschlussfeuerwerk an und er fing vor Freude an zu weinen und sagte, wenn ich nicht wüsste, dass morgen wieder alles anders ist, könnte ich jetzt in Ruhe sterben. Margarete Schickedanz starrte auf die Kuppel des Fernsehturms. Vor sieben Jahren war es dann so weit. Es waren so viele Leute abgehauen, dass nichts mehr ging. Dann kam er als erst zu Schlägereien und dann fand hier eine große Kundgebung statt. Die da redeten, wollten das Land retten. Alles Leute, die ich bis zu diesem Tag nur im Fernsehen gesehen hatte. Eine Schauspielerin wollte sogar aus ihrer Rolle austreten und eine Schriftstellerin sagte, der Satz, der ihr am besten gefällt, ist, wir sind das Volk. Ich hatte keine Rolle, aus der ich austreten konnte und keine fixe Idee, die ich einfach vergessen konnte, weil ich nichts vergessen musste. Mein Mann ist sieben Jahre tot. Von dem Land, in dem all das stattgefunden hat, gibt es noch den Namen und in einer Kassette habe ich noch ein paar Orden, Münzen und Urkunden. Ja, ob ich das nun alles schlecht oder gut finde, spielt keine Rolle. Ich stehe, ich sehe auf diesen Platz und ich frage mich, was ist mit mir und mit dem Platz passiert? Das Hotel, das Warenhaus und den Fernsehturm hat es vor 50 Jahren noch nicht gegeben, aber mich. Und irgendwann wird es mich nicht mehr geben. Und das Hotel, der Turm und das Warenhaus werden noch eine Weile stehen bleiben. Egal, was da drüber steht, Interconti oder Intersponti oder innere Stadtmissionen, ich muss mich nicht oben nennen. Auf meinem Grab steht nur Margarete Schickedanz, geboren am 10. April 1932, gestorben oder irgendwann im dritten Jahrtausend, wenn das Himmelsreich auf Erden mit kostenlosen heißen Hunden eröffnet wird. Aus der Vitrine war ein verzagtes Rülpsen zu hören. Amen, sagte Georgina. Haben Sie eigentlich was zu trinken in Ihrem Schrank? Frau Margarete, fragte Gianluca. Nicht, dass ich wüsste. Frau Schickedanz schob die Glasscheibe der Vitrine zur Seite. Hinter einem gläsernen Affen entdeckte sie Georgina. Sie hielt eine kleine weißliche Flasche in den Krallen und lallte. Reiswein gleich Weisheit, in diesem Rhein liegt Weisheit, in diesem Reis liegt Weinheit, deshalb rein mit der Weisheit, denn es ist Reiswein aus der Weinheit, direkt aus Japan. Diese Sakeflasche sehe ich heute zum ersten Mal, sagte Frau Schickedanz. Na, ihr Mann hat eben auch seine kleinen Geheimnisse, sagte Georgina, flog auf Frau Schickedanz Schulter und nagte an ihren Ohrläppchen. Es ist vielleicht besser, wenn Sie jetzt gehen, Herr Gianluca, ich will Ihnen nicht mit meiner Heulerei Ihrer Reise vergerben, Sie sind bestimmt nicht hierher gekommen, um sich die Geschichten einer alten Frau anzuhören. Also, ich weiß bis jetzt überhaupt nicht, warum ich überhaupt hierher gekommen bin, sagte Gianluca. Gehen Sie nach Nordosten, da ist noch mehr los, als auf diesem toten Platz. Sollte Ihr Weg Sie noch einmal hierher führen, dann kommen Sie vorbei. Aber jetzt bin ich traurig und müde. Gianluca setzte sich Georgina auf die Schulter, strich Margarete über den Kopf und verließ das Haus. Vielleicht erleben wir wirklich, dass Gras über dem Platz wächst und werden Frau Schickedanz nicht als Wurstverkäuferin, sondern mit der Sense treffen, sagte Gianluca, als sie den Alexanderplatz hinter sich gelassen hatten. Inzwischen war die Sonne hinter dem Bahnhof untergegangen. In der anderen Richtung sahen sie ein großes Gebäude, auf das mit leuchtenden Buchstaben das Wort Ost geschrieben war. Georgina holte unter ihren Federn einen kleinen Handkompass hervor. Wo hast du denn dieses Ding auf einmal her, wollte Gianluca wissen. Ich habe ihn bei Margarete aus dem Souvenierschrank mitgehen lassen. Ich finde das nicht besonders fair, der lieben alten Frau ein Andenken an ihren Mann zu klauen und außerdem, wozu brauchen wir in der Fremde einen Kompass, wenn wir sowieso nicht wissen, wohin wir wollen. Georgina pickte Gianluca schmerzhaft ins Ohr. Was soll sie mit diesem Erinnerungsplunder? Es sind nicht ihre Erinnerungen und sie kann in ihrem Alter auch ohne Kompass leben. Wir nicht. Sie gingen langsam auf das Gebäude zu. Vor dem großen Eingang saß ein Mann auf der Treppe und weinte. Hinter ihm waren Lärm, Gebrüll und laute Musik zu hören. Der Mann hob den Kopf von den Armen und sah Gianluca erstaunt an. Dann weinte er sofort wieder. Warum weinen Sie denn? fragte Gianluca. Es macht einfach keinen Spaß mehr, sagte der Mann. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Ich möchte so viele Tränen weinen, dass ich mein ganzes Theater damit füllen kann. Warum wollen Sie denn Ihr Theater mit Tränen füllen? fragte dann Luca. Naja, wogegen man noch protestiert, was ich auch alles verarsche, ich den Dreck ziehe. Es interessiert keine Sorge. Einfach die lachen bloß dreckig und denken, sie sind nicht gemeint. Der Mann heulte weiter, aber seine Tränen bildeten nicht einmal eine Pfütze von der Größe eines Handtellers. Das soll ein Theater sein? fragte Georgina. Sieht aus wie eine Fabrik oder wie eine große Schwimmhalle. Der Mann hört auf zu weinen. Hat dir jemand Schwimmhalle gesagt? Ja, ich sagte Georgina. Sieht nicht aus wie ein Theater. Mit Wasser gefüllt könnte es eine Schwimmhalle abgeben und es ist so hoch, dass man Sprungtürme hineinstellen könnte und Barsens auf mehreren Etagen einrichten und sogar Tauchkurse in den unteren Gestaden verkaufen könnte. Bravo, sagte der Mann. Sie sind meine Leute. Wenn Sie mir sofort den Umbau organisieren helfen und so viele Tränen beschaffen, dass ich Theater damit füllen kann, dann schmeiße ich diese ganze Bagage raus und wir eröffnen gemeinsam das erste Schwimm- und Spring-Theater-Europa. Ich meinte Schwimmhalle und nicht Theater, sagte Georgina. Ja, aber ohne Theater macht es doch alles keine Spaß. Sagte der Mann und begann wieder zu weinen. Ich sehe es schon, ihr könnt mir auch nicht helfen. Dabei habe ich mir das so aufregend vorgestellt. Da habe ich es so Hamlet als Unterwasserdrama und Faust als Bademeister. Ja, ist so surreal. Die sieben Zwerge als Synchro-Schwimmballett und Oferia als Selbstmörderin vom 20-Meter-Turm fügte Gianluca hinzu, einen Moment trat Stille ein. In diesem Land stößt man an Grenzen... Ich kann das nicht so gut wie du. Das ist alles eine Frage der Berufswahl, oder? In diesem Land stößt man an Grenzen, bevor man überhaupt Gelegenheit hat, seinen Pass zu zeigen, sagte der Theaterleiter und sein Gesicht nahm unbewegliche Züge an. Ich muss jetzt wieder böse Miene zum guten Spiel machen. Auf Wiedersehen. Er stand auf, strich seinen Anzug glatt und verschwand im Lärm hinter dem Haupteingang. Bei wem sollen wir uns melden, rief Gianluca dem Mann hinterher. Eine sehr schwarzhaarige Frau mit großen blauen Augen kam aus dem U-Bahn-Tunnel und sagte freundlich, das war Franz Kassendörfer, der Intendant des populären Protesttheaters. Aber nehmen Sie ihn nicht zu ernst. Er hat öfter solche Anwandlungen und sitzt auf der Theatertreppe. Das ist eine Art Werbung und deshalb gut für die Besucherstatistik. Und wer sind Sie? fragte Georgina. Ich spiele die schwarze Witwe. Ich arbeite hier nur als Gast. Mein Name geht niemandem etwas an. Für einen kurzen Moment schien es Gianluca, als sei auch diese Person irgendwann in seinem Leben schon einmal aufgetaucht, aber er konnte sich nicht erinnern, wann und wo das gewesen sein konnte. Und zum zweiten Mal stellte er die Frage, zu Hause? Wann war das? Du wirst irgendwann wieder zu Hause ankommen, sagte die Frau und verschwand mit trippelnden Schritten hinter dem Theater. Jetzt gibt es einen Sprung, weil wir ja nicht das ganze Buch chronologisch lesen können, deswegen fasse ich mal kurz zusammen. Gianluca und Georgina laufen weiter nach Nordosten, die nächtliche Schönhauser Allee entlang, während der Schriftsteller Brasch, der in einer Seitenstraße lebt und seit langer Zeit seine Wohnung nicht mehr verlassen hat, nicht schlafen kann. Ob Zufall oder nicht, jedenfalls stehen nachts um zwei plötzlich der sizerianische Totengräber und sein trinkfreudiges Vögelchen vor seiner Tür. Auftritt der Schriftsteller Brasch. Wer ist da? Fragte ich durch die Wechselsprechanlage. Ich, sagte Gianluca, und ich, piepste Georgina. Wer so bestimmt von sich ich sagen kann, ohne seinen Namen zu nennen, muss mich kennen. Was noch lange nicht bedeutet, dass ich ihn kennen muss. Die Stimmen klangen nicht gefährlich. Ich drückte den Türöffner. Ich hörte schnelle Schritte im Treppenhaus. Das Licht blieb aus. Offenbar konnten meine Besucher im Dunkeln gut sehen. Bis zu diesem Tag gab es niemanden, der so schnell die sechs Treppenabsätze bis zu meiner Wohnung geschafft hätte. Da sind wir, sagte Gianluca, als er vor mir stand. Da sind wir, sagte Georgina. Ja, und? Na, Sie sind doch Herr Brasch, oder gehört das Schild an der Tür jemand an? Ich schüttelte den Kopf. Wir sind Georgina und Gianluca Cardinale. Wir haben den Auftrag, uns bei Ihnen zu melden, um weitere Anweisungen entgegenzunehmen. Von wem haben Sie den Auftrag? Unsere inneren Stimmen gaben uns diesen Auftrag. Gegen innere Stimmen kann man ja nichts machen, oder? Ich roch einen leichten Weindunst im Flur. Ja, zu trinken habe ich aber nichts. oder Kaffee oder Leitungswasser. Gianluca sah mich mit großen Augen an, aber mehr durch mich hindurch, als gäbe es hinter meinem Kopf etwas Interessanteres zu sehen, als die dreckige Tapete. Ja, können wir nun reinkommen, oder sollen wir Wohnungstürgespräche führen? Also, entschuldigen Sie mein Herr, aber ich bin es nicht gewohnt, um diese Zeit aus dem Bett geholt zu werden, sagte ich. Ja, ist mir egal, sagte Gianluca. Er schob mich beiseite und ging so, als kenne er den Weg an mir vorbei, setzte sich in den Sessel, legte die Beine auf den Tisch und schaltete den Fernseher ein. Georgina flog auf ebenso selbstverständliche Weise in die Küche und setzte sich vor den Kühlschrank. Sie versuchte, mit dem Schnabel die Tür zu öffnen. Dann warf sie mir ein paar bedeutende Blicke zu. Die sagten, wenn du mir den Kühlschrank nicht aufmachst, vernichte ich deinen wilden Thymian. Ich hatte überhaupt keinen wilden Thymian in der Küche und ich wunderte mich plötzlich nur über die Fähigkeit, Gedanken lesen zu können. Ich öffnete ihr die Kühlschranktür, damit sie sich überzeugen konnte, dass nichts Geheimnisvolles darin verborgen war. Sie starrte hinein, als würde sie wie durch ein Wunder darin irgendwas passieren. Ich ließ sie sitzen und wandte mich ihrem Freund im Wohnzimmer zu. Der betrachtete gerade gelangweilt eine Videowerbung für einen Telefonsex an. Schluss, der versprach, ich komme, bis du stöhnst oder ich stöhne, bis du kommst. Die beiden taten so, als wohnten sie schon immer in meiner Wohnung. Also normalerweise hätte ich jedem Fremden sofort die Tür gewiesen oder die Treppe hinunter befördert, aber irgendwas hielt mich davon ab. Bis zum ersten Morgengrauen blieben die beiden sitzen. Gianluca vor dem Fernseher und Georgina vor dem Kühlschrank. Erst als im Fernsehen eine Nachrichtensendung die neuesten Arbeitslosenzahlen verkündete und mein Kühlschrank vor Schwäche wegen des sinnlos vergeudeten Kühlagregards den Geist aufgab, verlor ich die Gewalt. Sag mal, wer glaubt ihr eigentlich? Ihr seid ihr Vollidioten. Was habt ihr hier zu suchen? Könnt ihr mir nicht wenigstens sagen, was ihr wollt? Ich hab euch nicht gerufen, wenn ich bald das Maul aufmache, schmeiß ich euch raus. Georgina flog auf Gianluca's Schulter und beide sahen mich mit großen Augen an. Erstaunt hob Gianluca eine Augenbraue, stellte beide Beine fein säuberlich nebeneinander hin und sagte sehr langsam, wer sagt uns, dass du uns nicht gerufen hast? Ja, so kann man das auch drehen, schrie ich durch die Wohnung. Ich hab euch hier reingelassen und ihr dankt mir meine ganze Gastfreundschaft mit Schweigen. Wir wollen wissen, was du von uns willst, sagte Gianluca sehr leise. Ich will gar nichts von euch, ihr Nachtgespenster. Gebt mir von der Wäsche. Wir befinden uns schon auf dem richtigen Weg der Erkenntnis, sagte Gianluca und zündete sich eine von meinen Zigaretten an. Und außerdem, brüll nicht so, du wächst sonst noch deine Gefährtin auf. Und die pflegte bis 8 Uhr zu schlafen. Meine Gefährtin? Wie er sie nannte, hatte ich völlig vergessen. Sie schien von dem Geschehen keine Notiz zu nehmen. Selbst meine Brüllerei hatte sie nicht geweckt. Ich ging ins andere Zimmer. Sie lag da, wie ein Kind, auf dem Rücken, die Arme links und rechts vom Kopf und schlief überraschend friedlich. Sonst reagierte sie auf das kleinste Geräusch, das die Elstern auf der Hofkastanie von sich kamen. Die beiden Figuren sahen sich inzwischen unbeteiligt die Börsenmeldung aus Frankfurt und den Wetterbericht aus Hamburg an. Also, hier bleiben könnt ihr nicht, sagte ich. Die Wohnung ist bereits übervoll. Gianluca drehte leicht den Kopf, ohne die Augen vom Bildschirm zu wenden. Wir hatten auch nicht vor, bei dir einzuziehen. Wir wollten deinen städtischen Einsiedlerfrieden auch nicht stören. Wir gehen gleich wieder. Wir wollen nur erfahren, was wir jetzt tun sollen. Wenn ihr schon mal da seid, ihr könnt vielleicht alle paar Wochen auch mal vorbeikommen und mir erzählen, was da draußen so geschieht. Und ihr könntet Termine für mich wahrnehmen, zu denen ich keine Lust habe. Ich gab Gianluca einen Stapel von ungefähr 50 verschiedenen Briefen, Einladungen und Erscheinungsaufforderungen, die ich nicht geöffnet hatte. Er steckte sie in die Tasche seines Seidenanzugs. Und wenn ihr überhaupt in diesem Land bleiben wollt, dann müsst ihr euch irgendwie anmelden. Der Wetterbericht kündigte drei Grad plus und eine partielle Mondfinsternis an. Ich gab Gianluca noch eine Decke und eine Schachtel Zigaretten mit auf den Weg. Nach etwa zehn Sekunden klappte unten die Haustür. Ich sah aus dem Fenster, sie verschwanden um die nächste Ecke. Der Mond verfinsterte sich wirklich, als ich wieder ins Bett ging. Und dann gehen Gianluca und Georgina tatsächlich zur Behörde, weil sie sich ja polizeilich anmelden müssen. Und Folgendes passiert. Für die Aufenthaltsgenehmigung brauchen Sie Passbilder, Herr Kardinale, sagte die Dame aus dem Einwohnermeldeamt. Und ihr Vogel braucht einen TÜV vom Technischen Überwachungsverein. Die Dame zog sich eine Büroklammer aus den Haaren und wartete. Warum muss ein Vogel technisch überwacht werden, Frau Stechbart? Er ist doch kein Flugzeug oder Auto oder Hubschrauber. Nein, aber er muss gegen Staupe und Tollwut geimpft werden und wenn er geimpft worden ist, erhält er eine weiße Prägemarke um den Hals und ist damit zugelassen. Ich brauche keine Prägemarke, denn erstens bin ich schon geprägt vom Taubenleben und weise bin ich zweitens auch Frau Stechbart. Sie halten sich da raus, Sie Kanarienvogel. Ich rede nur mit Ihrem Besitzer. Ich bin niemandes Eigentum, Frau Stechbart. Ich bin vogelfrei und mit meinem Freund Gianluca Kardinale freiwillig assoziiert, rief Georgina. Frau Stechbart schüttelte den Kopf. Gehen Sie mit Ihrem Vogel zum Tierarzt, wandte sie sich an Gianluca. Lassen Sie sich einen Attest über Keimfreiheit geben und besorgen Sie sich Passbilder, sonst kriegen Sie keinen Ausweis. Vor der Tür steht ein Automat, das haben Sie im Handumdrehen erledigt. Ein paar Minuten später legte Gianluca, der Dame Stechbart, die Fotos auf den Tisch. Das sind Fotos, mit denen Sie sich beim Zirkus oder beim Film oder beim Theater bewerben können, aber nicht bei uns. Geben Sie mir richtige Fotos von sich, auf den Sie nicht so albern grinsen und Faxen machen und lassen Sie den Vogel weg, der gehört nicht auf ein anständiges Passfoto. Ich bin nichts ohne dieses Vögelchen und lachen werde ich immer. Das Lachen wird Ihnen hier schon noch vergehen, Herr Kardinale. Ohne ernstzunehmendes Passfoto kriegen Sie keinen Fuß auf den Teppich. Raus jetzt. Das werden wir ersehen, Madame, sagte Gianluca und schloss die Tür. Von draußen hörte er noch das Geräusch eines an die Wand geworfenen Büroutensils. So verbringen Gianluca und Georgina viele Tage in dieser Gegend, die zu jener Zeit noch ganz anders aussah als heute. Und Sie lernen viele interessante Leute kennen, wie zum Beispiel den freundlichen Künstlerfotografen Bernd B. Kunjuri in seinen indischen Anziehsachen, der Sie fotografiert und einen freundlich gefälschten Pass ausstellt oder die geheimnisvollen vietnamesischen Zigarettenhändler, die Sie mit noch geheimnisvolleren vietnamesischen Entspannungsdienerinnen bekannt machen. Sie bekommen es mit Isolde Terzky zu tun, die nicht ganz freiwillig ihre Tätigkeit beim Arbeitsamt beendet, um als Blumenrabatte zu arbeiten und Sie begegnen dem Obdachlosen Kalle Kurzweg, der früher mal in Königs Wusterhausen gewohnt hat, bis der Alteigentümer aus Hameln nicht nur sein Haus, sondern auch gleich Kalles Frau in Besitz nahm. Und wenn Sie nicht unterwegs sind, trinkt Georgina den einen oder anderen Schnaps im Greifenhagener Versteck, während Gianluca über sein Leben in Sizilien und über das Leben des Schriftstellers Brasch in der Kuglerstraße nachdenkt. Und hin und wieder besuchen die beiden den Schriftsteller Brasch, um ihm vom Leben draußen in der Niemandszeit der seltsamen Stadt Berlin zu berichten. So auch am 24. Dezember 1996. Kommt rein und macht keinen Lärm, sagte ich. Als sie vor der Wohnungstür standen, aus Gianlucas' Nase wuchs ein Eiszapfen. Und Georginas Schnapsfahne reichte so weit, dass selbst meine Gefährtin sich im Bett umdrehte und rief, wenn du wieder anfängst zu saufen, mein Freund, dann ziehe ich zurück zu meiner Mutti nach treuen Brietzen. Ich gab keine Antwort, sondern schloss die Tür, damit sich die Fahne einen anderen Weg suchen musste. Seht ihr, wozu ihr imstande seid, sagte ich. Georgina setzte sich auf die Gardinenstange und schwieg beleidigt. Gianluca nahm den Eiszupfen aus der Nase und warf ihn in die Badewanne, dann holte er aus seiner Tasche ein Päckchen. Es roch nach altem Öl und Hühnerfleisch. Kleine Aufmerksamkeit zum Heiligenabend. Diese Tiere hießen wohl früher Goldbräuler, wie uns die Verkäuferin unter dem Magistratsschirm erklärt hat. Dann holte er einen Schnellhefter unter seiner Trainingsjacke hervor und sagte, also wir haben alles wunschgemäß erledigt. Hier alles nachzulesen. Wir waren auf dem Allniveau der Meldeamt, auf dem Arbeitsamt, wir haben mit den Finanzbehörden verhandelt, außerdem viele Menschen in der Umgebung kennengelernt und fühlen uns schon fast wie zu Hause, wenn es nur nicht so kalt wäre. Ja, ich kann euch leider nicht helfen, also diese Wohnung ist immer noch zu klein für mehr als zwei, wie ihr seht, sagte ich, aber einen heißen Tee kann ich euch machen. Heißer Tee ist gut, sagte Ich wartete darauf, dass Georgina einen Rum darin verlangte, aber sie starrte weiter beleidigt aus dem Fenster. Wir nagten an dem halben Brathahn und schwiegen. Vielleicht kannst du ein bisschen Geld dafür locker machen, dass wir deine Arbeit erledigen und du dich hier mit deiner Gefährtin in deine vier Wände zurückziehen kannst. Ja, ich kann dir was geben, aber viel ist es nicht. Ist keine Steuerrückzahlung für mich gekommen? Weiß ich doch nicht. Dass ich meine Post nicht mehr aufmache, weißt du doch, sagte ich und schob ihm einen neuen Haufen Briefe über den Tisch. Wie ein Buchhalter rast er mit dem linken Zeigefinger über die Umschläge holte einen gelben Brief hervor und lasst Finanzamt Prenzauer Berg Friedrichshain an Herrn Gianluca Kardinale bei Brasch. Ihm wurde mitgeteilt, dass er 212 Mark und 24 Pfennige erstattet bekommen würde. Na schön, dachte ich, dann hat das ja wirklich was Gutes, dass ihr beiden hier seid. Ich nahm die Teetassen und die Hühnerknochen vom Tisch, ging in die Küche und sah lange aus dem Fenster. Es begann zu schneien. Nach einer Weile hörte ich etwas Schweres zu Boden fallen. Ich schlich zurück und versteckte mich hinter der Tür. Gianluca, und Georgina saßen auf dem Fußboden und betrachteten ein altes Fotoalbum. Ein netter, hübscher Junge war das ja mal, sagte Georgina früher, als er sich noch nicht in seiner Wohnung verschanzte und seinen Ärger auf dem Rücken anderer Leute abwälzte. Dann bemerkten sie mich und sahen mich mit großen Augen an. Irgendwas befremdete sie. Gianluca stand auf, setzte sich Georgina auf die Schulter und rannte aus der Wohnung. Warum wollt ihr schon gehen, rief ich hinterher. Unten klappte die Haustür. Ich ging ins Badezimmer und sah in den Spiegel. Das heißt, ich versuchte mich im Spiegel zu sehen, was mir entgegensah war eine bläuliche Landschaft mit einem schwarzen Wald, durch den ein kleiner Junge lief mit einer Brottasche um den Hals. Ich hielt die Brottasche an, er hielt die Brottasche an sein Ohr, als sei es ein kleines Kofferradio und ich hörte diesen Jungen singen, Hänschen klein, ging allein bei Indie Welt der Welt hin, fing ich an zu heulen. Am nächsten Tag fehlte das Foto, das ich im Spiegel gesehen hatte in meinem Fotoalbum. Die Sparkassenangestellte Bertrix Börnermann warf es vor Lachen fast vom Drehhocker, als sie hörte, dass Gianluca 102 Deutsche Mark und 27 Pfennige in Aktien anlegen wollte. Auch die Sparkassenangestellte Hertha Luise Friedrichsohn verbrauchte eine Packung Papiertaschentücher, um sich die Tränen abzuwischen, die sie lachte. Sie, die ansonsten sehr ernste Mitarbeiterin, brauchte am längsten, um wieder zur Ruhe zu kommen. Ich weiß nicht, was es da zu Lachen gibt, sagte Gianluca. Sagen Sie mir, welche Aktien günstig sind und hören Sie auf zu lachen. Ich will mein Geld verdoppeln und wie damals in Mailand innerhalb von zehn Minuten ein Vermögen machen. Frau Bertrix Börnermann drehte Verstehen Sie doch, mit schlaffen 100 Mark können Sie kein Vermögen machen und schon gar nicht innerhalb von zehn Minuten und was Sie in Mailand für einen Deal fabriziert haben, geht mich nichts an, aber ganz legal wird der nicht gewesen sein. Die Berliner Sparkasse jedenfalls ist nur eine von vielen simplen Banken und wenn die Geld zu verschenken hätte, dann würde es nicht so viele davon geben. Gianluca dachte lange nach, fast wäre er wieder gegangen, dann begann er seine lang vorbereitete Rede. Aber ich bin kein simpler Sizilianer. Ich bin ein Mensch mit einem sprechenden klugen Vogel. Ich bin ein italienischer Nachtwächterwolf, der Arbeitsamtangestellte in Blumenrabatten verwandelt, alle Sprachen spricht und im Besitz aller vorhandenen und nicht vorhandenen weltweit Weltweit Heißen Weltweit Heißen ist Weisheiten Mann, Scher, ey, komm. Er besitzt aller vorhandenen und nicht vorhandenen weltweit Heiß. Wie war das mit dem Reiswein? Weltweit Weisheiten Weltweisheiten ist. Kapieren Sie das? Den beiden Damen verschlug es den Atem. Sollen wir die Polizei oder gleich die Irrenanstalt rufen? fragte Frau Friedrichssohn. Frau Beatrix Börnermann drehte sich erneut und drehte an einem ihrer vielen Silberringe von Ich finde, ich finde, diesem netten, freundlichen, liebevollen, außerordentlich höflichen, akkuraten, zu vorkommenden, selten seriösen und klugen italienischen Staatsangehörigen geholfen werden muss, sagte sie. Wir haben nur selten die Chance, in unserem Beruf etwas Außerordentliches zu tun und ich finde, wir sollten sie jetzt nutzen. Gianluca blick der Mund offen stehen. Frau Friedrichssohn, die bereits den Hörer an der Hand hielt, legte ihn zurück auf den Apparat. Und wie soll das gehen? Wir frisieren einfach die Daten in unseren Computern und womit frisiert man? Mit einem Kamm. Frau Börnermann holte einen Kamm aus ihrer Tasche und strich damit über ihren Computer. Frau Friedrichssohn tat es ihr gleich. Auf dem Bildschirm erschien das Wort Lebensrücktrittsversicherung. Und jetzt, wollte Frau Friedrichssohn wissen, wir geben die 100 Mark von Herrn Kardinale als angezahlte Versicherungssumme ein, dann erklärt er schriftlich, dass er von seinem Leben zurücktritt, weil es ihm nicht gefallen hat und wir zahlen ihm 25.000 Mark aus. Nur 25.000 Mark, sagte Frau Friedrichssohn, ich denke, wenn wir schon mal großzügig sind, können wir ihm ruhig 25 Millionen dafür buchen. Die beiden Damen kämpften ihre Computer und sprühten die Tastaturen mit Haarspray und Lack ein und lasen das Ergebnis schließlich vor. Kardinale Gianluca leben Lebensrücktrittsversicherung 25 Millionen D-Mark gleich 2.500.000 Millionen Lire. Herr Kardinale war mit seinem Leben nicht zufrieden und gibt es deshalb zurück. Das Leben wird gegen die Zahlung des oben genannten Beitrages vorläufig storniert und wird im Kühlraum der Berliner Sparkasse aufbewahrt. Und auf diese Transaktion gehen wir alle vier ins Greifenhagener Versteck und trinken drauf, sagte Frau Börnermann. Bei Geld hört zwar die Demokratie auf, aber vielleicht fangen ja da die Träume an. Wollen Sie die 100 Mark in 10ern, 20ern oder in 250 Mark scheinen, fragte die freundliche Sparkassenbeamtin in der Filiale 413 in der Schönhauser Allee 145. Ich will es in Mark stücken, sagte Gianluca. Wenn ich schon kein neues Leben dafür kriege, will ich wenigstens schwer daran zu tragen haben. Das finde ich richtig, sagte Frau Beatrix Börnermann und Frau Friedrichssohn nickte. Sie verließen das Sparkassengebäude, um die Lebensrücktrittsversicherung im Greifenhagener Versteck zu begießen. 31. März 1997. Es war noch sehr früh, als Gianluca den Kuglerpark verließ. Außer ein paar mehr oder weniger nachtschwärmerischen Vögeln war niemand zu sehen und zu hören. Alle Läden waren Rollladen gesichert wie für den jüngsten Tag, der der Älteste werden wollte. Wieder eine Zeit zwischen Tag und Nacht, eine Art Niemandszeit. Ein Zwischenzustand zwischen Schlafen und Wachen. Was mochte hinter den Fenstern vorgehen? Wer war heute Nacht gestorben? Wer hatte seine Ehegattin verprügelt? Wer hat um einen entschwundenen Geliebten geweint? Wer hatte die Nacht vor dem Fernsehapparat verbracht und sich bei einem Soft-Porno hoffungslose sexuelle Erleichterung verschafft? Wer hatte am nächsten Tag eine Verrichtung zu erledigen? Wer träumte von Geld? Wer wusste, dass am kommenden Tag nichts zu erwarten war? Träumte die Tresenkraft aus dem Greifenhagener Versteck von ihrem neuen Gemüseladen? Träumten die Trinker von einer Arbeit in einer Gartenkneipe? Dies und anderes ging durch John Lukas' Kopf, als er durch die Schönhauser Allee einbog. Am Bahnhof Schönhauser trafen sich die Zeitungsverkäufer, sortierten ihre Zeitungen und erhielten sich über die letzten Ergebnisse der Bundesliga und über die Auslösung einer berühmten Geisel für 30 Millionen Mark. Hinter den Resten einer zerschlagenen Glasscheibe saß er auf einem Pappkarton angezogen, mit einem alten, aber sehr sauberen Anzug der schon sonnengebräunte und lächelnde Kalle Kurzweg aus Königs Wusterhausen. Er winkte John Lukas heran und flüsterte, »Morgen sterbe ich. Wie findest du das?« John Lukas sah ihn mit großen Augen an. »Wieso? Ich sterbe doch auch nicht.« »Ich aber werde morgen sterben,« wiederholte Kalle mit Nachdruck. »Das weiß ich und es wird genau um 5.17 Uhr sein.« »Du hast nicht mehr alle Speichen im Fahrrad,« sagte John Lukas. »Du siehst gut aus. Du siehst gut aus wie noch nie. Gerade deshalb,« sagte Kalle lächelnd, »das Leben gibt mir jetzt noch einmal so richtig Schub. Gestern war ich im Waschsalon und hab sogar meine Zweitgarnitur Klamotten auf Vordermann gebracht.« John Lukas roch Kalles Atem, keine Fahne, keine Restfahne, nur Zahnpasta. »Du stirbst nicht. Du stirbst jetzt. Du stehst jetzt auf und nimmst deine Sachen und gehst mit mir zur Fiedelen Bäckerin frühstücken.« Dort zeigte er auf einen Blech Pflaumenkuchen. »Alle,« fragte die Bäckerin. »Alle,« sagte John Lukas. »Bei Ihnen ist wohl heute Kindergeburtstag,« sagte sie neugierig. »Ja, so was ähnliches.« »So was ähnliches,« sagte Kalle. Die Bäckerin nahm alle Pflaumenkuchenstückchen vom Blech, platzierte sie auf eine Pappunterlage und baute ein großes Paket daraus. »So, meine Herren, nun wünsche ich Ihnen einen guten Appetit und wenn Sie Nachschub brauchen, dann sage ich meinem Meister Bescheid. 20 Stück macht dann 31 Mark. Damit werden Sie, denke ich, bis morgen auskommen.« Schon am Nachmittag des 30. April waren viele Polizisten erschienen und hatten die Gegend um den Kuglerpark weiträumig abgesperrt. »Was ist denn los?«, fragte Gianluca eine Polizistin, die halbwegs so aussah, als könne man mit ihr mehr als drei Worte reden. »Hier soll eine Walpurgisnacht stattfinden,« sagte die Polizistin. »Aber hier spielen doch bloß die Kinder und ruhen sich die Rentner aus. Wir haben aber den Befehl und Befehl ist Befehl ist Befehl und der Befehl sagt, dass wir hier aufpassen sollen.« »Wenn Ihr Befehl aber nun ein Fehler ist und Sie fehlgeleitet sind und stattdessen zum Kolwitzplatz aufpassen gehen sollen, wo die vielen Pferdeschwanzmenschen mit den Funktelefonen sitzen?« Die Polizistin verzog das Gesicht. »Haben Sie was gegen meinen Pferdeschwanz gesagt?« »Ich habe überhaupt keinen Pferdeschwanz bei Ihnen gesehen,« sagte Gianluca. »Ich habe aber einen Pferdeschwanz, den muss ich aber unter der Mütze tragen.« Die Polizistin zog einen blonden Pferdeschwanz unter der Dienstmütze hervor, zeigte ihn kurz und versteckte ihn sofort wieder. »Wenn ich Sie wäre,« sagte Georgina, die herangeflogen kam, »würde ich meinen Pferdeschwanz aber nicht unter so einem hässlichen Hut mit Abzeichen verstecken. Sie sind aber nicht ich und ich bin nicht Sie und jetzt gehen Sie weiter und verursachen keinen Auflauf.« »Ich wohne hier,« sagte Gianluca, »und ich bin die Ursache von gar nichts.« »Ich habe mich jetzt genug mit Ihnen abgegeben. Hier wohnt heute keiner, gehen Sie weiter.« »Ich will aber zu meiner Schlafbank und meine Freundin will zu Ihrem Schlafbaum.« »Wenn Sie weiter hier rumstehen, können Sie auf der Wache weiterreden. Hier wird jetzt weitergegangen und nichts weiter. Kommen Sie, gehen Sie.« Die Polizistin wurde abwechslend rot und weiß. Dann stopfte sie, was an blonden Haaren zu sehen war, noch tiefer unter ihre Dienstmütze. »Was soll ich denn jetzt tun? Kommen oder gehen?«, wollte Gianluca sagen, verkniff es sich aber, weil Georgina ihn ins Ohr gezwickt hatte. »Ich finde, Polizisten sind arme Menschen,« sagte Georgina auf dem Weg in die Schönhauser Allee. »Dauernd müssen Sie aufpassen, dass nicht alle Menschen nicht machen, was sie wollen, und sie selber wollen lieber ihre blonden Haare offen tragen, was sie nicht wollen dürfen.« Sie fanden eine Stelle neben dem S-Bahnhof, wo eine riesige Baugrube ausgehoben war. Nichts erinnerte an den alten Markt, wo sie Kalle Kurzweg gefunden hatten. Eine riesige Tafel kündete vom Neubau eines großen Passagenkaufhauses. Gianluca kletterte über den Bauzaun und sie suchten sich die letzte, noch freie Ecke am Rand der Grube. Gianluca fand Verpackungsmaterial, um sich und Georgina zuzudecken. »Wer gesagt hat, der April sei der kälteste Monat, muss wohl geahnt haben, was uns heute Nacht blühen wird,« sagte Gianluca. »Unter diesem freien Himmel werden uns nichts als böse Träume blühen,« sagte Georgina und sehnte sich ihren Schlafbaum herbei. Die Nacht sank kalt und mondlos über die Baustelle. Gianluca starrte noch lange in den leeren Himmel und war froh, dass er Georgina unter seinem Herzen geschützt wusste. Irgendwann, als der Straßenlärm völlig abgeebbt war, schlief er ein. »Wunschlos unglücklich ist fast der traurigste Zustand, den ich mir vorstellen kann,« sagte Gianluca am 31. Oktober 1997 gegen 3.25 Uhr. Als er mit seiner schon wieder leicht angesäuselten Gefährtin an meinem Bett stand und an meinem Laken zurrte, dieses Mal wachte ich wirklich auf. Ich wollte ihn wegschieben, aber er blieb stehen und starrte mich mit seinen großen Augen an. Seine gefiederte Prinzessin machte sich inzwischen am Kissen meiner schlafenden Gefährtin zu schaffen, doch neben der hätte heute eine Achterbahn einstürzen können, sie würde weiterschlafen. In letzter Zeit hatte sie jedoch öfter den Satz, »Halt den Spielfilm an, Brasch!« von sich gegeben und behauptete, ich sei eine optische Enttäuschung. Und das alles in einer Lautstärke, die man sich von einem schlafenden Menschen nicht erwartet hätte und dem ich nichts entgegensetzen konnte als zustimmendes Kopfnicken. Sie selbst jedoch war von diesem Kundgebungston nie aufgewacht, ein wahres Wunder. Außerdem wird es Zeit, die Uhr umzustellen, denn bald nun ist Winterzeit und da geht die Sonne früher auf, sagte sie, »es ist auch besser für die Volkswirtschaft.« »Ja, wenn die Menschen bei hellerem Licht aufwachen, erhöht sich die Freude an der Arbeit.« »Wenn sie noch eine haben, Mensch, halt es, nicht die Fresse, Kardinale, nimm deine besoffene Vögeline und zisch ab in den Park.« Und einige Wochen später ging ich auf die Straße und schlenderte zum nahegelegenen Paar und der Wind wurde stärker, die letzten Blätter fielen von den Bäumen, dann flaute der Wind ab plötzlich und es wurde völlig still. Der Rauch der verbliebenen Schornsteine stieg sturgerade in den Himmel, die entfernten Autogeräusche verstummten von einer Sekunde auf die andere und dann sah ich es. Der steinerne Bär, der hier immer stand, hatte zwei Gefährten zur Seite bekommen, einen versteinerten Vogel und einen versteinerten Mann mit Hut. Eine Schneeflocke sank langsam durch die Bäume zwischen die drei versteinerten Köpfe und schmolz nicht. Kurz vor Weihnachten ging ich durch den frischgefallenen Schnee zu meinem Zeitungsladen. »Lange nicht gesehen, Herr Brasch«, sagte die Verkäuferin. »Sie waren wohl verreist?« »Ja, so kann man es auch nennen«, sagte ich. »Ich fahre über Weihnachten auf die Kanarischen Inseln. Weihnachten mit 25 Grad im Schatten, das ist mal was anderes als die Kunstbräune aus dem Solarium.« »Ja, ich werde hier bleiben«, sagte ich. »Ja, das verstehe ich«, sagte die Verkäuferin. »Wo sie so lange verreist waren, sie gab mir die gewohnten Zigaretten und die gewohnte Zeitung. Ich ging in das Greiferhagener Versteck, wo er mich wie ein lange Vermissten begrüßte. Ich bestellte einen Kaffee und schlug die Zeitung auf. Unter der Rubrik »Vermischtes« fand ich folgende Notiz. »Wintereinbruch in Sizilien«, dem italienischen Meteorologen Prof. Dr. Gianluca Cardinale ist es gelungen, der Bevölkerung des Dorfes Ceco Sabello eine weiße Vorweihnachtszeit zu bescheren, mithilfe eines Kondensationsapparats, den er im Turm der Dorfkirche installierte, gelang dem Wissenschaftler, Flocken herzustellen und sie über dem Dorf schneien zu lassen. Er erfüllte damit den Wunsch der Kinder und besonders seiner Verlobten Annetta Conspiranza Machiavelli, einmal auf Sizilien ein weißes Weihnachtsfest zu erleben, in den Klammern Italien-Korrespondent Karl Herbert Kurzweg. Ich trank meinen Kaffee aus und dachte darüber nach, ob es vielleicht besser wäre, im nächsten Jahr das Haus wieder zu verlassen. Das ist der letzte Satz des Romans und es gibt ein Nachwort. Das ist das Giraffamil, das Peter vor 20 Jahren in mein Exemplar seines Romans gezeichnet hat. Genau betrachtet ist es jedoch Gianluca, der zwei Vögel hat, den einen im Kopf und den anderen auf dem Rücken. Der Vogel auf dem Rücken ist eindeutig als seine Begleiterin Georgina zu erkennen, die offenbar mal wieder einen oder zwei über den Durst getrunken hat. Peter hat gern solche Tiere gemalt, immer wieder, vor allem Giraffen. Das habe nichts zu bedeuten, sagte er mal, es sei nur so, dass er Giraffen ganz gut malen könne. Doch eben nicht nur Giraffen, er erschuf die wundersamsten Kreaturen, die meistens einen Vogel hatten. So entstanden das fünfhöckrige Zigarrenkamel mit Duldungsvogel, der schwangere Jahrtausendelefant mit breitem Verweigerungsvogel oder die neunköpfige Raupe mit betrunkenem Restvogel. Das Schöne ist, dass seine Tiere so gut wie nie einsam sind, sondern immer in Gesellschaft. Das ist ja auch in dieser Geschichte so. Der höhenängstliche, sizilianische Kirchturmglöckner Gianluca ohne sein vorwitziges, rückwärtig alterndes, immer angesoffenes Rotkirchen Georgina geht nicht. Er wäre verloren ohne sie und sie ohne ihn und Peter vielleicht ohne die beiden. Vermutlich hat er sich auch deshalb hineingeschrieben in diesen Roman. Der Schriftsteller Brasch, der das Haus nicht mehr verlässt und zwei Figuren erfindet, die stellvertretend für ihn die Abenteuer erleben, die er ihnen andichtet. Und der Schriftsteller Brasch schreibt in sein Tagebuch, manche erleben etwas, damit sie nachher darüber schreiben können. Ich schreibe etwas, damit ich es hinterher erleben darf. Gianluca und Georgina schauen in dieser warmen, lebendigen, klugen, aberwitzigen und wahrhaftigen Geschichte den Schriftsteller Brasch an. Sie finden ihn ein wenig merkwürdig und haben keine Ahnung, dass er sie vielleicht nur erschaffen hat, damit sie für ihn die Welt betrachten können und eben auch ihn. Denn, Zitat, ich habe mich bis heute immer auf den vergeblichen Versuch eingelassen, mich mit den Augen anderer zu sehen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was mögen diese anderen, die ich nicht kenne, in diesem oder jenem Moment denken, wenn ich dies oder jenes tue. Ich habe mich von vornherein in einem Gestrüpp fremder, projizierter Gedankenwelten verfangen, ohne das zu tun, was am nächsten liegt. Darüber nachzudenken, was ich, wäre ich ein anderer, über mich denken würde. Dieser Versuch, sich außer sich selbst zu stellen, kann in Schizophrenie enden oder in selbstquälerischer Selbstbetrachtung, die in Lähmung ausartet. Es kann aber auch das Gegenteil bewirken. Ich könnte mich noch freier bewegen, als ich es ohnehin schon tue. Vielleicht hat mich gerade diese auf mich gerichtete Außensicht befähigt, mit dem Saufen aufzuhören, ohne den Spaß am Vorhandensein zu verlieren. Zitat Ende. Ich erinnere mich, wie Peter mal sagte, dass die Arbeit an diesem Roman für ihn auch Selbsttherapie gewesen sei. Eine Ersatzdroge, der er sich verschrieben habe, nachdem er mit dem Trinken aufgehört hatte, das ihn zuvor ins Delirium Infantiles hatte stürzen lassen. Er schickte sich damals selbst zur Entgiftung und änderte sein Leben. Er stand früh auf, wanderte durch seine Gegend und fotografierte sie. Er redete mit dem Bäcker, dem Säufer und der Zeitungsfrau und wenn er zurückkam, schrieb er weiter an seinem Buch. Er malte Bilder in tiefem Blau und formte aus Ton die beiden Helden der Geschichte. Und an noch etwas erinnere ich mich. Es war 1996, als Peter mich fragte, ob ich mit ihm gemeinsam eine Lesung machen würde. Es gäbe da so eine Reihe, in der ein Autor einen jüngeren Autor vorstellt und sie gemeinsam etwas lesen. Damals hatte ich für eine Radiosendung eine Figur namens Godot erfunden, die zwischen den Songs, die ich spielte, spazieren ging und komische Abenteuer erlebte. Dein Godot trägt ja auch einen Hut, stellte er fest, genau wie mein Gianluca. Und dann erzählte er von der Geschichte, an der er gerade schrieb. Drei Jahre später erschien Schönhausen. Das ist jetzt 20 Jahre her. Peter schrieb damals in sein Tagebuch, das Buch ist da und es stellt sich weder Euphorie noch Bestätigung noch Trauer oder ähnliches ein, noch die lange Nase, die sagt, seht her, es geht doch. Es ist einfach viel zu viel alter Schnee von vorgestern. Er war in Gedanken doch schon wieder woanders, dachte über andere Geschichten und Theaterstücke nach und darüber, was aus ihm werden sollte, wenn das Jahrtausend zu Ende war. Da er es nicht so genau wusste, stellte er sich wieder außer sich selbst und verfasste eine Selbstdarstellung in dritter Person drei Wochen vor Ende des zweiten Jahrtausends. Raucht 40 bis 50 filterfreie Zigaretten am Tag, steht meistens zwischen vier und sechs Uhr morgens auf, um Computer am Computer Minesweeper zu spielen und dazwischen Geschichten über einsame, geile Sparkassenangestellten, postinfantile Rentner, gelangweilte Huren und überdrüssige Gymnasiasten zu erfinden. Begleitet den Lebensweg seiner Lebensgefährtin mit klugen Hinweisen und blöden Witzen, fasst überall hin und wird von seiner Lebensgefährtin wiederum von kindlicher Zuwendung begleitet, die er nicht zu schätzen weiß, weil er meint, damit selbst zum Kind heraufgewürdigt zu werden. Raucht dann mindestens meistens mehr als 40 bis 50 Zigaretten. Hat außerdem die Fähigkeit, maximal Schokoladentafeln in Sekundenschnelle zu vertilgen. Wird wahrscheinlich deshalb irgendwann fettleibig oder platzen, wenn er nicht in einem zu kleinen Segelboot untergeht. Er ist nicht untergegangen. Er ist da, mit diesem Buch, mit Gianluca und Georgina und überhaupt. Ahoi Peter. Applaus 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 Applaus